Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 413 ITM Team Diesmal spielen wir wieder mal wieder eine Runde Online Season In der Liga 2 natürlich Ich hoffe ich steig hier nicht weiter ab Zumindest nicht mit der Mannschaft, weil ich wild Jetzt habe ich zurückgedrückt Ich will natürlich nicht weiterspielen Aber mir dann noch keine neue Mannschaft kaufen Ich wollte eigentlich auch noch Okay, das hat man jetzt eigentlich schon so ziemlich gesehen So Ich habe nämlich Diego reingepackt Den ich in den Pack gezogen hatte Erst letztens Beim 300.000 Münzen Pack Och man, was soll denn die Scheiße, ey Hat der gleich wieder mal eine gute Mannschaft hier Ja, Diego ist drin Die Chemie stimmt jetzt zwar nicht mehr ganz 93er nur noch, aber egal Und ich habe mal Juv in den Sturm gepackt Statt Kakao Juv hatte ich auch in den Pack gezogen Diego hatte ich in den Pack gezogen Und das Linksverteidiger habe ich mal Schmidt geil genommen Weil Schmelzer nicht mehr so ganz fit war Aber egal, jetzt geht es los Zack, zack Schmidt geil Aber Juv Oh, ganz gefährlich Und Tor Hammermäßig schnelles Tor Zweite Minute Scherdan Schakiri Sehr schön Da hatte ich auch ein bisschen Glück gehabt Das war nämlich der eigene Verteidiger, der den Ball so gefährlich ins Spiel gebracht hat Und dann habe ich ihn einfach nur reingeschoben Boah Boah, das war auf jeden Fall schon mal ein geiler Auftakt Oh, 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 oh Oh, 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 oh Verschätzt sich der Verteidiger ein bisschen Da muss er aufpassen Da muss er aufpassen Mein Gegner Gut, gut, sehr gut Oh, Mist Hat er mal gut den Ball abgenommen Oh Gott, was soll das denn Scheiße, was war das denn für eine Aktion gerade Ich habe keine Ahnung, was es sollte Man, ey Man, ey Nur durch so einen Drecksfehler wieder mal Jetzt schaut er sich natürlich noch dreimal an Wie so ein Penner Zack Ach, Mist, das hat er gut gemacht Das hat er gut gemacht Das hat er gut gemacht, ja Außer das natürlich Ach, Scheiße So schnell der Ausgleich hier Oh, nein Der Pass sollte man auf die Huf gehen, ey Und nicht auf den Penner da vorne Ich glaube, man merkt schon, wie ich mich wieder aufregel hier Boah, pass auf, ey Mann, 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 Mann Was soll das? Oh, Mann Dass der Ball durchkommt, ey, ist auch ein Wunder Boah, ey Schenkt ihm den Ball doch noch schneller wieder, ey Mann, ey Eckball auch noch für ihn, ey Noch besser Ganz ehrlich, so ein Lacker Ja Das kann doch nicht wahr sein Mann, 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 Mann Boah, ey, nee So schnell kann es gehen wieder mal So kurzer Zeit geführt und dann liege ich wieder hinten Und das auch noch in der zweiten Liga Noch besser Schuss, komm, der muss drin sein, ja Ibrahim Afelay Sehr schön Hier mit dem 2 zu 2 Ausgleich wieder Nach nur 22 Minuten Stiftung 2 zu 2 Da, der Pass hat gesessen Ja, sehr schön abgezogen Der musste auch einfach drin sein, ganz ehrlich Sonst, alles andere wäre einfach nur lächerlich gewesen Boah, so Afelay wieder Mit der Flanke, die nicht ankommt Aber Ne Schade Kein Fehler wieder hier in der Verteidigung Das kann ich absolut nicht gebrauchen Oh, das wollte ich endlich nicht, aber Äh, 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 äh Oh, aufpassen hier So, kann er nicht abfangen Schuss, nein, oh, der Schuss war zu schwach Mist Nein, oh, hat er mit dem Recht Genau im richtigen Moment den Ball Abgeluchst Hat er sehr gut gemacht übrigens Nein, jetzt hat er mich aber weggecheckt da, ganz ehrlich Das war ein Foul Oder zumindest auf jeden Fall nicht Astreiden hier Da steht eigentlich keiner von ihnen, ja, aber Wenn er unbedingt möchte Da steht ganz schön offensiv, hab ich das Gefühl Oh, Mann Der ist schon zurückgeholt Von Juv, jetzt Shaqiri Na, die Gritsche kommt nicht Nein, oh, viel zu schwer Aufwacht der Pass, Mann Das darf nichts werden von ihm So Schönes, langsames Aufbauspiel hier Nicht zu hastig Sehr schön Nein, was hab ich getan? Nein, fuck, zieh doch mal ab, ey Boah, ne Ach, scheiße Jetzt hab ich den Konter für ihn eigentlich eingeleitet Wenn er was draus macht Na, oh, dann nicht Oh, scheiße, oh, komm ich durch Na, fuck Eigentlich muss ich das Spiel hier gewinnen Komm, 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 in die Mitte Nein, hau rauf, ja, ja, genau so So, Silas, sie Mit dem 3 zu 2 In der 45. Minute Kurz vor der Halbzeit Die Führung Oh, der hätte Juv eigentlich schon reinmachen müssen Aber egal Jetzt geht der richtig offensiv Oh, scheiße, was war das? Auf jeden Fall nicht gut Hau die nochmal jetzt raus da Hau die nochmal jetzt raus da So, Halbzeit Boah, Mann 3 zu 2 Führung Echt ein sehr krasses Spiel hier Ja, ich hab den aber eigentlich Deutlich vorne Zumindest von den Chancen her Die ich auch mal anfangen muss zu nutzen Ja, was soll das werden? Kann man auch machen, aber bringt einem natürlich nichts So, 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 zack, Affenlei Oh, Kopfball von Juv Aber daneben Schade, schade Den habe ich Äh, 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 äh Äh, 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 äh Meincall, был clipball, äh, äh, kenn, komm, 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 nein, 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 nein Scheiße, nein Ahhhh Der hätte ich ruhig mal machen können Leben Na scheiße Den habe ich weggehauen Versehändig Das ist meiner Nicht im Aus Den hab ich noch Den hab ich auch Ui, das war ein Foul Ja So, zack Nein, 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 nein Oh, hat er gut gemacht Nein, nein Glück gehabt So, nach vorne hauen Gucken, ob da jemand ist Ah, Juff, Mann Verwerte den Ball doch mal hier Hat er, hat er nicht Och, Mann Schade, schade, schade Nein Komm Latte Boah Wilder reingegangst war so ein Traumtor gewesen Mann, 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 Mann Schön abgenommen Boah, Mist Da muss ich besser aufpassen Ne, lass mal aus Es gibt Abstoß So, nach vorne Komm, hast du Hast du, hast du Oh, sehr schön gemacht Komm, Juff, Juff, Juff Nein Mann, den muss er doch machen Nein Scheiße Also ich hätte ihm mindestens schon Mit noch einem Tor führen müssen Vor allem, er steht auch so offensiv Ja Oh, weah Oh, weah Oh, weah Oh, weah Oh, weah Komm, weg Weg Nein, der muss weg Abseits Ja Abseits Gut Boah So Aufpass, ey Wie offensiv er steht Wie kann er denn so offensiv stehen Der liegt doch hinten Na gut, er liegt hinten, ja Aber trotzdem ist es wirklich ein bisschen sehr offensiv Was er hier steht Nein Nein, jetzt wollte ich gerade den Pass spielen Abseits So, komm Diego Affelei Vorne steht Juff Juff, mach ihn nicht Mann Das kann nicht wahr sein Erste Ecke Mach ihn doch Mach ihn doch Nalu Jetzt werden hier die Chancen aber versemmelt Au Mann Nochmal Mann, ey Es kann doch nicht dahin Boah, ey Und er kommt durch Ja Das habe ich mir gedacht Genau das habe ich mir auch gedacht So Shakiri Außen Komm Mach ihn Mach ihn Mach ihn Nein 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 Mann Das kann doch nicht sein Alter Schwede Boah, nee Das kann nicht wahr sein Unter der Mitte steht er frei In der Mitte steht er frei In der Mitte steht er frei Geht nicht, älter Und dann so ein Scheißdreck Das war so klar Mann, ey Das ist einfach nur lächerlich Es ist einfach nur absolut lächerlich, älter Ich könnte jetzt richtig den Controller wegschmeißen, älter Also ich habe richtig Ich spüre das Verdürfnis Ich spüre das Verdürfnis vor allem Ich habe sowas von das Bedürfnis Jetzt voll den Controller in den Fernseher zu schmeißen, älter Das ist unglaublich Das ist einfach un Das ist Das ist einfach nicht möglich, ja Das ist Wie ich schon mehrmals gesagt habe, es ist einfach nur lächerlich Es ist nur lächerlich, das ist Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen Ja, das ist einfach, ja Das ist, ja Ich weiß nicht, das ist einfach nicht Tja Wo soll der Ball hingehen, du Vollidioten? Warum nimmt der den Ball nicht mit? Das ist mir jetzt alles eigentlich scheißegal, ey Ganz ehrlich, das ist einfach nur noch lächerlich Unverdient und lächerlich Mehr ist es einfach mal nicht Tja, was soll ich dazu sagen Das war es auf jeden Fall mit dem Spiel, ey Das ist doch einfach nur scheiße, ey Ganz ehrlich, das ist einfach nur inakzeptabel Zack Guckt euch das an, ey Das ist unglaublich Das ist einfach nur scheiße Das war es auf jeden Fall mit dieser Aufnahme Boah, ey Bin ich gerade abgefuckt, ey Das ist einfach nur scheiße, ey Ja, das war es mal diese Aufnahme Und ja, ich habe eigentlich keinen Bock noch mehr zu sagen Dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und bis dann Tschüss Und bis dann Tschüss Und bis dann